Ich habe mir irgendwo eine Erkältung eingefangen. Nicht bei mir. Oder? Fokussiere! Das ist unser Freund, unser Maskottchen? Nö. Lass doch die Frage machen, dann gehe ich kurz auf Toilette. Okay. Okay, du darfst. Wer würde in einem Kampf gewinnen? Okay, One Box Cup Visa! Kannst du die Cap abnehmen? Ich sehe die ganze Zeit nur Jett. Das willst du nicht. Meine Haare sind übelst fettig. Bock auf Pummel? Ja! Aber ich kann erst nach dem Game. Surprise! Ich habe nichts gesehen. Oh nein. Keg weh. Keg weh. Es tut mir einfach weh. Time for Birch. Jetzt brauchen wir erstmal kein Clay mehr. Das schneiden wir raus. Shit, warum habe ich das gemacht? Moment. Moment. Was hältst du von dem Künstler NF? Neben BTS, die einzige Person für die ich Hardcore Obsessed war, war NF. War ich auch auf dem Konzert. 2018. Lieb ich. Ja. Hier. So, jetzt kommst du mit. Jetzt gehen wir zu dieser Erde. Nein, das ist jetzt nicht wahr. Oh, ich bin im Wasser gelandet. Alles... Oh. Also so ein Boot auf der Erde ist gar nicht mal so entspannt. Tatsächlich nicht, ne. Die sind tatsächlich gar nicht so schnell. Ich stecke auch fest hier gerade. Moment. Step Bro. Töten. Ich glaube leider ja. Hey. Jetzt habe ich mein Haus kaputt gemacht wegen dir. Oh nein. Schnauze. Ich glaube wir brauchen hier echt Hilfe gerade. Ich komme nach Hause. Ich bin sauber. Jetzt habe ich dich am Haken. Okay. Jetzt habe ich dich gleich. Wenn ich jetzt noch da gehe. Ne. Hä? Jetzt habe ich dich aber. Hä? Oh mein Gott. Wasser, Wasser, Wasser. Wasser, da ist doch ein Wasserfall. Masat. Ich hasse sämtlichen normalisierten, gefühlt in der deutschen Gesellschaft normalisierten, Talk. Der grundsätzliche und eigentlich selbstverständlich. Ineventare Dinge einer Beziehung schlecht redet. Nur weil irgendjemand, der in irgendeinem Aspekt irgendwann mal unglücklich war. So weinerlich war, dass er nichts besseres tun hat als sich darüber zu beschweren. Und dadurch im Kopf von allen Menschen, die das nicht stört, ist es auch so manifestiert. Haltet euer Maul. Let's go, let's go, let's go. Oh no. Oh mein Gott. Bruh. Let's go. Oh, stark. Let's go. Dankeschön. Ich habe einfach 20 Stacks Eier. Schnauze. Hier hinten. Nehmt eure Eier zurück. Was los? Was passiert? Hahahaha. 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 Passe auf, passe auf. Keylight aus. Licht scheiße. Keylight an. Guck dir dieses Gesicht an, das ist gleich viel glatter und heller. Weißt du, wie ich mein? Licht aus, wieder scheiße. Licht an, wieder gut. Was heißt das? Elgato, Keylights. Voila. Hey Yomasa, wie immer. Danke für den Supercontin. In den letzten vier Monaten war der Streams ein Wunder. Der Salty Hero. Wir haben uns bei dir zu bedanken. Danke, dass du hier bist bei uns. Und ich habe gar nichts gemacht. Ich sitze hier und zocke den ganzen Tag. Also alles, was passiert ist und die Person, die dir aus schweren Zeiten geholfen hat, bist du selbst. Jaja. Dann habe ich jetzt eine Trade Offer für dich, ja? Ich bekomme von dir einfach nur deine Aufmerksamkeit im Chat, deine Gesundheit, dein Dasein und du bekommst Content. Okay. Kann ich dir eine persönliche Frage stellen? Ja. Ähm. Wie machst du das, dass du so scharf bist? Hä? Ähm, die Kamera. Was? Ähm, push ihn. Oh, der Rush. Lange den Bike, man. Einer könnte Backstab kommen, auf das Backstab. Ob er noch holt. Wenn der Enemy zurzeit beginnt. Jawoll! Die Onipower! Wir zwei DUO! Ich liebe ihn, über alles, aber Mookie ist so richtig so. Ich sterbe. Ich sterbe! Und ich sitze daneben und ich bin so, Babe, ich hatte genau die selbe Erkältung. Also ja, aber dein Immunsystem ist anders als Magie. Haltet euer Maul. Mann, der Hund schubst mich... Ja, der Hund ist tot. Der Hund brennt, der ist tot. Oh nein. Ich is dead. Wacht doch Wasser rüber. Wacht doch Wasser rüber. Jetzt ist er tot. Two plus two is four, minus one, that's three. Hast du gerade 19 gesagt? Ja. 9 mal 9 ist 18. Ich sehe den Kuh, Mausant. Mäzi. Oh, ich werde sie so dry milken. Oh mein Gott. Wir haben hier auch ein ganz starkes magnetisches Feld zwischen dem Tisch und der Maus. Und manchmal kann ich einfach diesem magnetischen Feld nicht standhalten. Und dann passiert es mal, dass es ruckartig hintereinander auf den Tisch zurückprallt. Was sagt Andreas Urani an einem Geldautomaten? Was? Ich hebe ab. Ich hebe ab. Ich sage, ich habe ein Bett für dich, wenn du zu mir herkommst. Tschüss, komm gleich. Was ist mit dir? Einer long. Filter long. Und Sage. Beide long. Beide long. Ne, einer raus. Einer aus dem Himmel long. Beide nicht noch long. Reiner. Du bist eine Maschine. Du bist eine Maschine. Reiner. Du musst nicht gut aussehen. Du musst wirken. Und damit nochmal… Ah, shit, here we go again. So, ich gebe meine Tiere zu John, damit ihr auch groß und stark werdet, damit ich euch schlachten kann. Das ist wie brutal. Also, Lukas hat zum Beispiel sich so eine Watch geholt, mit der man den Puls und so kontrollieren kann, messen kann. Gibt es, glaube ich, bei Apple auch Apple Watches, gibt es aber auch für Enggold. Da wurde ich kurz 80. Muss ich mir dann auch einen Analplug kaufen, damit ich gegen Markus Kaysen spielen kann? Ob Hans Niemann so ein Genie ist, weiß man ja nicht so genau. Magnus Carlsen wirft ihm vor, er hätte nur geschummelt, und zwar mit Analkugeln im Popo. Ich habe rausgetöpft. Ich höre ja auch gar nicht mehr weinen. Das ist richtig angenehm. Noch einer? Das ist gut. Oh, das ist ein Affen. Ich habe rausgetan. Ich mache es. Aua. Du Hure. Du Scheiße. Du Scheiße. Du Scheiße. Dankeschön. Dumme Scheiße. Das war's für heute.